Moin moin, hier sind wieder Orca Evergreen und Mage of Death von GameRongRollers mit unserem 100 Abonnenten-Special. An dieser Stelle schon mal danke dafür. Ja, wir spielen einfach eine Runde Terroristenjagd, Rainbow Six Vegas 2, Just for Fun. Und ich hoffe, ihr habt genauso viel Spaß wie wir. Dann lass uns mal eine Menge Terroristen-Ärsche treten. Genau. So, ich gehe hier links und nach rechts und dann erstmal ein bisschen verweilen und jede Menge Terroristen klatschen. Och, komm schon. Ich tue dir doch nichts. Langweilig. Ja. Jetzt komm hier hin. Los, komm du Hammel. Ich werf gleich mit dem Granat hin. Wow, ich bin gleich tot, wenn ich so weitermache. Das sind auch Pfeifen hier. Oh, jetzt ist vorbei, meine Freunde. Ist nicht mehr. Oh, guck mal, der winkt noch. Wie süß. So, jetzt hat er keine Hand mehr. Oh, der winkt auch. Hat gewunken. Der meint sich, erdreisten zu können, hier auf mich zu schießen. Ist nicht. Genau, ist nicht. Phase 2, oder? Ja, komm mal. Phase 2. Okay, hier brauche ich jetzt erstmal ein volles Magazin. Da bist du. Okay, ich gucke rechts, du links. Ich werfe eine Granate rein und dann rennen wir. Jo. Und go. Ah, in dem Moment kommt der Spasti. Ah, das war epic fail. Hinter dir übrigens. Ja, tot. Und nun denke ich mal auch, ja. Ja. Fuck. Ich wurde geflasht, das war gay. Okay. Nochmal? Jo. Nochmal. Ja, wie gesagt, das ist der höchste Schwierigkeitsgrad, oder ich glaube, diesmal haben wir es noch nicht gesagt. Höchste Schwierigkeitsgrad und höchste Feinddichte, das heißt, jede Menge Terroristen, die nicht gerade freundlich sind. Richtig. Also man muss wissen, ich bin in der fettesten Körperpanzerung und ich sterbe trotzdem mit vier Schüssen. Kleiner Tipp, ich auch. Ja. Dann haben die so schöne Waffen. Augustus Para. Alle 30 Schuss in 5 Sekunden. Oh, ich glaube, das hier ist eine schlechte Idee, was ich hier gerade versucht habe. Oh. Mein Gott, ey. Ging dich in die Deckung, in die ich dich haben will, die Dumpfbacke. Ah. Oh, das war ein Heller. Ne. Nein. Fuck. 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 Kannst du dir helfen? No, schau ich. Oh, wie viele Schüsse haben die? Haha. Das klang gerade ungesund für dich. Jetzt ist es ungesund für den, ey. Potenzieller Kugelfänger und so. Potenziell, ich glaube, der hat sich jetzt gerade einiges gefangen. Egal. Ich hier mit meiner schönen M4 Gasdrucklader. Gleich fliegt da was Schönes hin. Phase 2. Jo. Spaß dir am Touran. Phase 2. Dann komm mal. Phase 2. Bam, bam. Okay, gleiche Taktik wie eben. Ja. Da kommt jetzt gleich so eine Dumpfbacke raus. Okay, Granate. Und go. Nein. Noch nicht sterben. Nee, ich bin noch nicht tot. Aber ich hab das Gefühl, da kommen jetzt gleich so ein paar Homies. Ja, da denkst du, ne? Also, ich bin an meiner Position. Gut, komme. Deck mich. Gut. Äh, ja. Hey, warte. Ah, ich decke von hinten gerade. Kam da was? Oh, zwei Stück. Noch mehr. Hinter uns. Du musst auf deiner Seite achten. Fuck. Warte, Lea. Ja, komm. Fuck. Aber du, ne? Kollege, von der anderen Seite. Ja, ich hab sie doch. Nee, ich bin tot. Ja, gut, bist du eben tot. Ah, die hier ist ja auch noch einer. Zack. Oh, man, was für ne Pfeife. Bist du wieder da? Ja. Ich muss mich nachladen. Okay, weg, sag mal, ich bin nämlich noch nicht gestorben. Dann gehe ich jetzt vor, wenn ich sterbe, ist das nicht allzu schlimm. Eine gute Idee. Okay, los. Schade, dass es hier keine Minen gibt. Okay, los. Geh auf die andere. Camper. Ja. Sie sind überall. Keiner hat sie gerne. Camper. So, ein Dreck. Naja, wir haben noch ein bisschen Zeit. Oh, noch ein Versuch. Jo. Zu Not kommt das hier in die Fail-Kategorie. Mal wieder. Handy, Bert. Oh mein Gott, was für Idioten. Wie war das? Ich schieße auch nicht, aber ich. Ey, sag mal. Was hältst du aus, mein Freund? Denkste? Ist nicht. Komm schon. Also, zu diesem Spiel hier werden wir demnächst auch die Kampagne let's playen. Sobald wir unseren anderen Sachen fertig sind. Genau. Genau. Und zwar Kampagne im Koop. Genau. Mein Gott, ey. Wow, wow, stirb. Da kommen da so zwei um die Ecke, ne? Augustus Pfarrer. Gänste? Ja, für alle, die das nicht kennen. Die Waffe, ne? Da geht's dritt. Und tot bist du. Ich hasse das Ding. Bin wieder da. Der war übrigens weiter hinten. Phase 2. Hast du ihn schon tot? Nein. Dann leg den Typen erst um. Ich weiß jetzt nicht mehr, wo er ist. Okay, Phase 2. Von dir aus gesehen übrigens... Ich hab ihn... Nahkampflevel 26? Ich dachte, es gibt nur 25. Naja, auch gut. Scheinbar gibt's mit den neuen Updates... ...neue... ...hörere Ränge. Okay, Granate rein und durch. Jo. Nein! Bastian Tour! Hab ihn. Okay, let's go. Ja, klar. Noch so einer. Boah, wie ich sie hasse. Bist du auf deiner Position? Ja, ich hab auch schon wieder welche. Bist du jetzt auf deiner verfluchten Position? Ach, da doch. Ich geh rüber und decke hinten. Du gehst vor. Ist mir klar. Ach, mein Gott. Ach, da bist du. Ich dachte schon, was schießt. Ja, wo ich von unten kommt was. Aber ich kann's momentan nicht treffen. Da kommt er. Ab ist. Juhu, da ist noch was. Gewesen. Wie viele Gegner waren es? Zwei. Aufnahmezeit FTV, sag ich nur. Ist auch egal. Zwei Parts coming. Ja. Nein. Fuck. Ich hab ein bisschen zu spät reagiert. Sag, wenn du wieder da bist. Ah. Junge. Mitten in meinem Lauf gespawnt. Ich bin wieder da. Gut. Sollten wir eventuell einen anderen Weg benutzen? Nein, wir rücken weiter vor. Komm mal, komm mal. Schnellstens hier hin. Und decke die andere Tür. Welche? Die rechts? Nein, also die geradeaus. Die hab ich, wo jetzt gerade her durch ist. Und jetzt nicht mehr. Und dann die andere, die rechts. Genau. Nein. Hab den Kopfschuss gekriegt und ist nicht tot, der Sack, ey. Ich hab immer Schiss, dass von hinten mal kommt. Oh, ich treff's und da ist so ein Penner, ne, den treff ich nicht. Okay. Wie geht's dir da hinten? Dreck ich, weil das und Purensohn ist nämlich behindert. Nicht gut. So, jetzt nicht mehr. Gut. Wo gehen wir lang? Geradeaus durch. Okay. Tag! Was war das denn? Verdammt. Achso, verdammt. Gut. Okay. Du gehst vor. Ich guck wieder Dreck, Dreckzack, Dreckzack. Ah, warte, ich hab Granate, oder? Ne, der ist oben. Das Pisskind ist oben. Ich gucke weiter, Tür rechts. Jetzt war's. Jetzt war's vor meiner Flinte. Gut. Ist da noch eins? Weiß ich nicht. Geh mal an die Tür. Sieht gut aus. Hast du irgendwelche Granaten? Dann werf da hinten mal eine hin. In die Biegung, genau. Ja, da jetzt nicht gerade. Okay. Ich hab wieder eins. Wo hast du eins? Unten. Ich decke von hinten, keine Sorge. Oben, oben du! Ich hab's. Ja, ich bin tot. Komplett? Ja. Verflucht. Hä? Hä? Ach, fangen wir's von hinten. Oh nein. Egal. Na. Ja. Ich würde sagen, wir haben's fast geschafft. Ja. Also das war das 100-Abonnenten-Special. Schade. Leider nicht ganz durchgezogen, aber... Wir nennen's jetzt einfach mal 100-Abonnenten-Special-Fail. Genau. Wir verabschieden uns dann. Wir sehen uns garantiert auch noch mit einer erfolgreichen Version dieses Versuches irgendwann. Mhm. Also dann. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.